Servus zusammen und willkommen zurück zur Letzt Play mit dem Brunnenbruch da. Wir haben gefragt, wir machen diesmal den Blau, äh, Bau, den Skyripper. Hat er, somehow, summen die langlose Komponenten der legendarischen Weapon in den tiefen Plänen der Erde? Es war mehr, als Renato zu fassen. Aber wenn er eine legendarische Weapon finden könnte, würde er es nutzen. Als er in der Erde sette, Renato konnte es nicht helfen, zu fühlen sich ein bisschen interessiert. Was Lupino noch nicht erwartet, um ihn zu retten? Nein. Er war wahrscheinlich trinken Champagne mit den Ravens. Die Ravens trinken Champagne? Die Räume? Renato fühlte sich, wenn man sich so fühlt. Warum hat er den Skyripper gewählt? Renato never made plans are required constant vigilance. He was a hero. He didn't think too much, just went with his gut and hoped it all worked out. The Skyripper was a long shot. He had to devote himself to it. No side journeys, no rescuing all friends. That was against his nature. Can I stick with it? Cool. Ah, hol dir das Gehäuse des Skyrippers. Ja, das werde ich auch tun. Aber erstmal sammle ich hier das ganze Zeug ein. So. Wir können dann tatsächlich fast schon so eine komische Windaxt bauen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Da geht's runter. Da ist es düster. Da habe ich Angst vor. Ich gehe nach rechts. Und hole mir erst einmal die Kiste. Oh, Renato loves to improve his gear. Oh ja. Das stimmt. Das tut er. Was hier? Ist hier noch irgendwas? Ne, anscheinend nicht. Gut. Dann geht's jetzt runter. In den Abgrund. Ah, da kann man schon was verbessern. So. Swerter. Hier, guck mal an. Feuersturm. Noch ungeschmiedelt. Während des Angriffs setzt den Gegner in Brand. Und kostet Energie. Äh. Vernautzt. Genau. Ja. Yeah. Gut, gut, gut. Dann kann man wahrscheinlich auch so mitten zwischendrin die Schwerte wechseln im Kampf und sowas. Da geht's. Der Bauzg. Äh. Hier. Hier. Ja. Fack dir hier. Anja? Das war neu. Viele Leute benutzen noch Dornubs. Ja. Ich mache nur die meisten. Und jetzt? So. Lass mich durch. Das geht nicht. Da hat er natürlich recht. So, da kann ich wieder ein Levelchen aufsteigen. Aber wir machen erst mal hier noch. Zack. Genau, schneller sein. Hey, lass mich da rüber. Zack. So. Ah, falsches Schwert. Natürlich. Auf, falsches Schwert. Was ist das? Was ist das? Die Leute ordentlich hochzuheben So Ein paar ist wegen Gesundheit und Energie Zack, zack Was gibt's hier hinten? Hier hinten gab's noch eine Truhe, oder? Jawohl Hab ich sie, meine guten Freunde So, dann gehen wir nach rechts Schwupp 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 Was ist das? Lesen Some way to break the ice with this wall So to speak Text Die Wahrheit über den Skyweeper ist von dichtem Nebel verhüllt Die glaubwürdige Geschichte ist, dass der immerwährende Kaiser Iblis mit Hilfe des Skyweepers verbannt hat Danach vergrub der Ick die Waffe und verspannt Ging er ins freiwillige Exil, um die Welt von der letzten göttlichen Präsenz zu befreien Oder war es der Preis für die Ausübung solch unglaublicher Macht? Könnte zwischen dem Skyweeper und Iblis eine tiefere Beziehung bestehen, als die der Waffe und des Opfers? Meine Rituale werden den Iblis-Stein herbeirufen Vielleicht sollte ich bedenken, dass dies den Skyweeper Entschuldigung Skyweeperns Tageslicht rufen könnte Sollte das der Fall sein, dann muss ich sämtliche Ressourcen einsetzen, um ihn zu finden Eine Waffe, die einen Gott verballern kann, ist ein unschlagbares Argument Falls die Alten mir einen Strick durch die Rechnung machen wollen Es liegt in ihrer Natur, es zu versuchen Aber Götter sind berechenbar und ich kann mich darauf verlassen, um ihnen immer einen Schritt voraus zu sein Imperator in das Isengrim III. Geheimes Tagebuch Cool Falsches Schwert 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 Ah ja, freilich. So, Nummer 1. So. 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 Bleib stehen! Riecht da hoch? Nein. Riecht da rein? Nein. Nicht überhaupt irgendwas. Nein. Egal. Oh. Wishing and daring. Au. Na komm. Steck dich nicht. Gut. Maximal Kombo. 27. Immerhin. Und wir leben noch. Ist auch nicht schlecht. Wir haben ziemlich wenig eingesteckt dieses Mal. So. Was gibt es hier hinten? Oh. 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 Irgendwas. Oh ja. Das kann ich erfüllen. Zack. Cool. kidneys. Oh. Oh. aber da hat es gelevelt ab da guckt er mal kann ich öffnen, cool, oh stark jawoll genau auch schon ein lapino hier ein altar das können wir gucken ich glaube ich werde die zeit wählen wenn du einen feind mit schild an hakt okay sehr gut das werde ich nehmen kann ich noch eins absteigen sehr gut integrieren was skyripper Das ist die Arme. Die Dinge, die dreams sind. Die Ingenieuren-Dreams, auf jeden Fall. Das Gerät war sehr inträgt. Kein Leben hatte die Gewalt für eine Sache wie es. Wie war es Teil einer Weapon überhaupt? Er hätte gefragt, einen Wissenschaftler. Aber zuerst, er hätte das zweite Stück. Skyripper hatte ein Herz, ein Kord, das in der nächsten Isle war. Well, es gab eine andere Isle, die er konnte. Zenobia hat ihn gerade mit ihrem Vater's Raven-Battalion. Sie muss dort noch im Kampf sein. Aber die Kampf mit Zenobia jetzt... Das macht überhaupt keinen Sinn. Er hat einen Freund gebrannt, um dieses... Armature, war es? Er hat nicht gebraucht, um ihn zu treffen. Sie würde ihn finden. Okay. Nein, wir machen hier... Ja, hier... Er muss den Kern des Skyrippers finden. Logisch. Es war ein Verständnis. Er hat seine alten Liepino gebrannt, um die Armature zu bekommen. Und die Armature war für sich selbst nicht. Nur eine Reihe von Köln und Schrauben. Die Krieg war ein Verständnis. Und er würde mehr machen vor dem Ende. Er würde die größte Gooden, egal wie viel es ihm kostet. Zenobia... Nun... Du hättest ihn später später, über denässigen Fluss oder einen kleinesen Punkt bevor alles das war. Du hättest das sicher. Du hättest das. Die Macht war in dem Kurs. Obviamente... Du hättest ihn den Kurs bekommen. Obviamente... 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 Ja, jetzt schauen wir uns dann mal, was passiert. Somehow, er hat impossibel entschieden, zu stoppen, zu impulsiv sein. Hat das keinen Sinn gemacht? Renato fragte mich, ob die Leute diese Polen gebaut haben, haben wirklich, wirklich langen Tentacles. Ich lucht, ich wollte doch noch den anderen Weg gehen. Na, egal. Egal. Hier gibt's auch was. Und ja, sie mussten wirklich lange Arme haben. So, okay. Was ist das? Der Runterspring? Erstmal hier hintergehen. Erstmal die Truhe öffnen. So. Ne. Schade. So. Eins. Zwei. Drei. Und wieder auf anfangen. So. Ich hab gedacht, da kommt doch cooler Spruch vom Kommentator hier. Wie? Oh, er geht diese Wege zweimal. Vielleicht sogar dreimal. Aber niemals viermal. So. Runterhüpfen. Naja. Was haben wir hier. Die. Lustige, kleine Umgebung. Viel zu groß. es könnte mal wieder ein bisschen hp geben habe ich das gefühl erst mal hier was haben wir hier hinten auch viel besser aus ich bleibe hier hinten die Welt sich doch selber retten ich bleibe hier es ist es 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 die ich war doch am ausweichen nach okay das ist also diese Prozent du bist tot ja diese advanced technology was ist los hier Oh, 34er Kumpas sogar. Aber wie, unhealthy. Badarotzk, erst mal voll reinstecken. Aber hier ist das für ein Altar. Stürze durch Gegner hindurch. Ich gehe hier einen Gegner der Stürzen an, um hindurch zu kommen und Schallen anzufangen. Das funktioniert nicht bei Gegner mit Schildern. Ware, Schrift, vergreife Gegner. Egal, Feind aus der Entfernung. Wird bei Erreichen einer bestimmten Komboschwelle automatisch aktiviert. Verlangsamt. Nach einmal vor dem Treffer hat die Zeit. Zeitverkaufen, unser Waremeister. Schade, ich kann noch nichts davon wählen. Ich würde auch gerne den Gem mal einsetzen, aber ich bekomme hier nichts. Schade, oder? Alter! Alter, manchmal ist das gar nicht so leicht hier. Egal. Nochmal von vorne. Hä? Endlich. Ja. Was das für sich? Ja. 2hp überlebt ich bin gut es ist etwa ist das etwa das komische zeug hier der schweizenden Korn macht ihn physisch zu fühlen als er hat er in den Tempel des Dachs und er hat nicht gefallen, was er sah und sah da das fühlt sich so an so schnell wie er konnte er hat er die Eikosa-Hedron in die Armature die Rheben begannen zu spinnen dann Glow das schweizend fühlt sich schnell weg jetzt er hat er nur so schuldig er hat einen guten Freund für diesen Waren-Aparatus Hmm, maybe Lupino wasn't such a good friend. Ah, that made him feel better. He carried his prize back to the Farfarer. Now he had to make his next move. There was a key Imperial outpost on the Nexus. If this really was some sort of superweapon, he could use it to wreak havoc on the enemy. And if it wasn't, well, better to know that before the final battle. But maybe he should show it to some scientists first. There was an observatory on the Nexus. Maybe he should go there before he fired it. Nah, we're making it here. What do you think? Leonardo had never been much of a student. At Swordfu School, he'd never read the books. Just looked at the pictures. Hmm, I'm Zenobia. But weapons he understood. His guts told him that the Skyripper would work great. He would use it to take out the Imperial outpost. And what's the worst that could happen? The thing wouldn't work and then he'd take it to the scientists. Right? Exactly. Genau. So und nicht anders. Nicht anders. Ja. Gefällt mir wieder sehr gut. Aber an dieser Stelle... Ja. Schauen wir uns noch kurz in das Intro an hier. Aber dann... Schicht für heute. Ja. As he set out down the path. Renata wondered why the parts of the Skyripper had only surfaced now. Thousands of years after the Transcendent Emperor had discarded it. This Emperor, Isengrim III, had performed terrible, bloodthirsty rituals to invoke the Lost Gods. Perhaps that was bringing up Lost Artifacts. How perfect then, that the Skyripper would reappear to be his destruction. Alright! Something we did! Vielen Dank.